Musik Das ist der Unverwichtliche und einmalige Interne, Spider-Manne. Er hat eine super, handlingsverrückte und erlebt einfach die Fahrer. Und er hat den Jepern um die Jepern. 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 Die Jepern. Die Jepern. Schwen-De-Dapa. 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 Schwen-De-Dapa sind seit 20 Jahren dabei. Und jetzt kommen unsere Stöcklehäxer aus Wuchbach. Und dieses Jahr ihre alljährige Jubiläern. Wir begrüßen die drei kräftigen Stöckle. 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 Die Jepern. Die Jepern. Die Jepern. 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 Lep пять. Die Jepern. Die Jepern. 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 Jeper. Jepern. Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Das ist ein ganz herzliches Dankeschön für euer Kummer, dass er uns befassen hat, auch an die Musik. Das ist ein ganz herzliches Dankeschön von Eintracht ins schöne Edertal. Mach mal Füße! Hier haben wir eine böse Pferde. Das ist ein riesen Applaus. Schmarrnwarte! Das ist ein ganz herzliches Dankeschön. 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 Und wir grüßen an den Schwarzführer Allee. Das ist ein ganz herzliches Dankeschön. So, sein Willkommen. Schatuehau! Raus! Schatuehau! Raus! Schatuehau! Raus! Rittebäuer, den Wunderschön aus DND. Lächelnde Rittebäuer aus Brauneweiler. Und wir grüßen mit RUITZTEL! 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 Ja, und Winterdreie, da kommen Sie in die Rote Nöhe. Gott, da sind Leute hübsche Jungen Freier. Wahnsinnig hübsche Jungen Freier, man muss schon sagen. Wir freuen noch weiter Rote Nöhe. Und wir bedanken uns mit drei Kraftigen RUITZTEL! 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 RUPITZTEL! RUPITZTEL! RUITZTEL! Hier stinket auch gerne ein... RUITZTELRÖIT gebrechlich, aber dennoch klingelt es in der Pyramide nahe, wäre es sehr. Eine Super-Best-Pyramide. WOLF HEX! WOLF HEX! WOLF HEX! WOLF HEX! Der Grüner ist weg! So, sie haben sie gerade vertrieben, die Grüner. Aber die sind immer hartnäckig, sie kommen immer wieder zurück. Und dann müssen wir heute wieder klöppchen. Und dann müssen wir heute wieder klöppchen, die haben sie verschwindet gekriegt. Der Grüner-Klinger, der hat drei Zinsen. Und das wird der Lippe-Klöppchen. Lippe-Klöppchen und von meiner Ort natürlich. Mit dem Lippe-Klöppchen zum Selbstmeister. Der Lippe-Klöppchen grüße damit. Lippe! 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 Und im Anschluss die Pappen-Klöppchen. Wir grüßen damit! Lippe! 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 L Aber wir wissen es genau, wie sie schreien. Die Jungen werden zurückgeziert und gefedert, die Jungenmädchen. Und das beißt immer so schön. Zieh ihn so! Zieh ihn so! Der Vorstand ist der Ralf Löhr und hier eine wunderschöne Maske ist der Brüner Blüten. Und wir bedanken uns dabei ganz herzlich bei der Stoffflange. Zieh ihn so! Wer schneit fährt, den kommen einmal drei. Und den einmal zwei und den einmal eine. Ein ganz herzlichen Dank an den Teufelsweber! Die Fritburger, ein Arzheim von Marazogau. Da können wir heute noch einen Eintrag, aber da ist Spornamilterholen, die Finale in Erderspann. Jawohl, Friedberg, leergefegt. Alle Burgsteig-Nächte sind heute da. Da kommen natürlich die Wikinger! Und die Grüße mal mit! Wiki! 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 Ja, jetzt bef компьютern sie die Weltmauere, die Wikinger! Und eins ist schlandet und null eggshellend auf ein Schiff. Und das sind ein paar rausgefallen und das ist jetzt. Endergebnis gibtứt. Danke! Wiki! Wiki! Man repariert es, das zieht es, jetzt hängt er sich her. Es ist jetzt mal Volkentro, Prowandschaft, alle dabei! Und jetzt ist es jetzt mal ein neues Reich, willkommen mit Hetzel! 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 Und das sind die Schaubeier und Hetzel! Und über den Kollegen haben wir angeschön mit Hetzel! 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 Und über den Kollegen haben wir angeschön mit Hetzel! Die Vorgelgüse war mit Reichlechtiger Kompel! Manche Kompelteife aus Inselhausen anhelmen. Der Uberdorf an Födersee von Födersee, in Brandfödersee, Flaschpläger, gewählt weit weg. Es ist ganz klar, dass es da Riedkratzer gibt. Und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei der Riedkratzer und Ihren Zündmeister. Alle ist mit der Riedkratzer! Da kommen die Wutte aus Backelbach, Großgemeinde Hörgerzell. Alle, die Wutte sind Wittgeister und ihr seht sie auch an der Maske, die Blasen kretschen. Vielleicht hat sie heute Morgen noch ein wenig die Wutte. Und jetzt kommt die neue Hütte! Und da kommen sie, die Galeihegeister aus Ritterkirch. Ritterkirch bei Ritterkirch. Und die Griechen sind Kieschberg! Ahoi! Hüschberg! Ahoi! Hüschberg! Hier ist jetzt der Galeihegeister, der Galeihegeister, der Galeihegeister. Bayern in der Nähe von Lindau, das ist Weisensberg. Der Weisensberg hat ein Freund mit seinen Monstern und mit seinen Weiergeistern. Ein hervorragender Verein, wunderbar anzuschauen. Und ich bedanke mich für euer Kommen hier in Eberstadt zum Freundschaftstreffen. Heute grüßt man mit einem Freibach-Kräftigen. Huuu! Huuu! Hüschberg! Hüschberg! Ja! 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 der 13er Schröterler und Großerweiber. Und vielen Dank an uns mit Zippe! 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 Und weiter geht's wieder in die Großgemeinde. Mal froh halt! Ja, der grimmige Hürde, der mit dem Narrenpolizist, denn der Gott sei als Schrapp, die erschrockene Macht und eine Einzelmaske des Brustlöfung der Todes, eine wunderschöne Meister. Weißer, alle da hier beweisen, das war mal nicht! Hörweil! 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 algumas goليãzer! Prost! Das ist ja fatal. So, wir bedanken uns mal ganz herzlich bei den Arten Südauer und der Rotterbauer mit dreihälftiger Rotter zu meiner Heimatzucht zum Nachwerein aus Mühlenhof und mein Schrift an den Einwächten mit Elberat. Damit unsere Hitze und 2.5 am Zentral nach Fasnetzentl. Und die Finke-Exte, die Grüße an den Finkegurt, allweil gut, Finkegurt, allweil gut, Finkegurt, allweil gut! Und die Grüße an den Finkegurt, allweil gut, allweil gut, allweil gut, allweil gut, allweil gut! Mahli Gerv воз chestnut! Und dennoch bin ich überwacht, dass wir den Freibauer heim arbeiten. Und wir welchen Seiten nicht! Und letztendlich der Geist hat G Baldwerk Your Heart! Das ist schon eine rechte Geschichte der Geist! Ja, alles da. Freie Geister! Freie Geister! Freie Geister! Und euch eurer Hoffnungsdank schenken, dass ihr kommt heute. Vielen Dank, dass ihr euch seid. Dann heilt eure Fahrstagsabdessen. Dann schreit mal. Herzbekehörkundgeschichte. Immerhin angenommen, sagt er noch einmal bei der Händersichtinger Flicks. Dann heilt eure Händersichtinger Flicks! Wunderschöne Felser und Leckerheime! Schlauhe! 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 Und dann kommt der Zünftler, ich muss noch hin. Gott sei Dank, das hört sich nicht mehr, das hört sich eh nicht mehr. Wenn wir tatsächlich dafür ein Leidesglöck, das ist ein netter Sörtchen, das Ralf war. Das war eine Mal nachgucken, das ist wirklich toll. ...spieler mit dreimal... ...Kleje! 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 So, jetzt kommen wir mal wieder in die Nähe von Ravensport. Nach Schmalöck, und aus Schmalöck, da kommt der Bettelspitz. ...Kleje! 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 Das ist ja ein beliebtes, närrisches Instrument, die Grabatsche. Wir sind quasi umringt von Hänseli, Hanserler und Leute, guter allem. Alles Grabatsche. Und wir bedanken jetzt nochmal den Berge alle Feinden. Felt sich schon, jetzt rauscht noch drei. Felt sich schon, jetzt rauscht noch drei. Felt sich schon, jetzt rauscht noch drei. Und als nächstes seht ihr, meine lieben Herr Westbacher, unseren Zünftag, als erstes vor Ort, unser neu gewählten Zünftmeister, unser heutiges Geburtstagskind, Ralf der Erste. Lieber Ralf, hat sich einen Glitzwunsch zum 25. Geburtstag. Happy Dürste! Und was, Seistau? Ha, ha, ha! Ja, Seistau! Ha, ha! Ja, war Seistau! Ha, ha! Ja, war Seistau! Einzelige Menge an Schnaublele. Für beide waren es für uns unsere Schnaublele. Ein einmaliges Grasches Gebäck. Es gibt nur im Aulebau. Und wehe, sagt eure Brotten dazu. Das ist unsere Schnaublele. Und dann unsere Fretzchen. Hier ist ja kleine Fretze. Hier sind sie kleine. Ha, ha, ha! Ja, war Seistau! Ha, ha! Ja, war Seistau! Ja, war Seistau! Ja, war Seistau! Ja, war Seistau! Freu! Okay, freu! Und so wie ich für die 50 Sekunden bei der Bias Auffahrers ganz bolles Kolbe. WALLEGEN 2 und so ein B nochebend für mich oder BAS! Na, was hat der Bias? Ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Eier! Und jetzt ist die Verteidiger, ho, ha! Tag! Was ist er, ist er, ich weiß, nichts. Eier. Eier! Robin, die Papier-Arne. Es ist gut da. Hallo. Woa. 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 Was ist in der Reihe? Woa. 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 Für mich! Der Held ist auf! Unsere Hühner ist... ...Gefett! 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 Ich wollte unsernes worldwide gerne fern! Bittet euch sportban! zug politique! Auf Zeit an! ...Gefettung... ...Gefett! ...Gefettbewerbsfelder! Aha! technicians TomAT ... und 여러ste mit der automobile ...Gefett!! 2. BeIlwürttemberg Jetzt ist das beste in Herberung. Dann kommen wir mit dem Lande in Herbergs. 3, 2, 1, 2... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 6... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 3, 4, 4, 5... Und dann mal verkräftigen! Schie! 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 Schie, ja? Nein, die kommen erstmals! Jetzt kommen die Beine! Ja, wenn wir sie zusammen, werden wir sie vielleicht zusammen nicht, sind sie auch, aber Ich habe das schon ein bisschen gehört. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Schöne, 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 Schöne! Schöne, 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 Schöne! Schöne, 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 Schöne! Und wir kriegen's an den Fersig-Klub, Kakadu! Fersig-Klub, Kakadu! Fersig-Klub, Kakadu! Wir waren gestern Abend auch schon bei uns im Söder-Arkader noch gespielt. Wir spielen, haben die Zeit genommen und haben es so gemacht. Hatze, Hatze! Eine wunderschöne Maske und eine wunderschöne Hatzelold als Wurm von Schwenkel. Und ein ganz heftiges Dankeschön an euch, dass ihr zur Wurm zurückgekommen sind. Und wir Knurre, Rüsthalko! Das machen Sie die Rüsthalko! Jawohl! Schlebe Haare und Knurre! Man muss mir zuerst abüberschreiben! Reizei, grahl! Wow, wow ... Und los geht's! 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 2, 3! Und ihr Grüße an die Teufels, brennt ja schon, Feuer, brennt ja schon, feuer, brennt ja schon. Bis dann, aber Feuerhexe. Und ihr grüßen alle drei Gräser, brennt sich, brennt sich, brennt sich, brennt sich, brennt sich, brennt sich. Musik 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 Und wir bedanken uns immer bei den Vorlögen, die haben mit. Lidlböden, Feuerhexe! 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 Und wir bedanken uns natürlich heute noch. Keiler! Geister! Keiler! Geister! Keiler! Keiler! Geister! Wir sind jetzt zu lange mit Keiler! Keiler! Geister! Die Fähre nachher ist er. ... der Bucher. Die Rotterreise und die Hakenbacher. Die Ebertschäler, danke. Unsere Danken und Sanz für die Sammeldung. Musik 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 Die Glückwunsch der Mose ist Mose! Unter Mose! Mose! Wir hatten hier unter uns gewinnert, denn wir sind in der Umgebung, 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 und wir sind in der Umgebung, unter Mose! Mose! Mein Material, nach zwei Minuten, die gesteckene Mose, mit den Kruppenplaren hat gewonnen. trails! Mose! Mose! Iמו! Die 시청eres bei der terra. Schnellere reinh同 mit den K Ranze, sich des Kiffens GE Cheryl SULS St skinny am низiger! Ihrástere soll, alleine." Schnellere soll. Caesar soll! Schnellere soll. Schnellere soll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020